so willkommen zurück bei mini metro das letzte mal hat mir hongkong gespielt das war extreme kürze gewesen bei mir heute nehmen wir aussagen und das sieht aus als jetzt hier wieder mal verdammt viele insel gibt beziehungsweise ich brauche wohl brücken jede menge hören sie die außenbezirke des vergleichen sogar mit extrem schnellen chinkansen zusammen hier war ich mal richtig gut in meinem offline spiel 2400 ja das fand ich gut aber mal schauen wie es diesmal läuft wenn die kamera dabei ist ach ja und wenn die kamera dabei ist werde ich auch nicht pause oder anderen scheiß machen wir lassen dich mal so ist auch so hellblau beziehungsweise blau und rot fahren erst mal komplett parallel könnte eigentlich jetzt immer noch und lila kürzt ein wenig ab ich glaube hier auf der karte war das so ich habe dann immer die wahl entweder zwei locks oder einen schnellzug sonst hatte ich ja meist immer eine lok oder eine straßenbahn oder irgendwie was bekommen hier habe ich immer die wahl schon zwischen zwei zügen oder wo willst du denn hin auf die inseln ich bin mir echt nicht sicher was ich jetzt machen soll hier soll ich mit schnellen zügen arbeiten oder vielleicht doch besser mit ganz vielen normalen schwere entscheidung schnellzug oder zwei kleine ich glaube ich nehme zwei kleine und wir setzen mal alles hier auf lila lila sein 60 strecke die die raute hier anfährt ich weiß mir das erst mal so jetzt wird es aber ärgerlich okay lila muss noch ein bisschen weiter fahren und was machen wir mit blau kreis komm okay schon besser rot 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 komm da könnte ich eigentlich können wir uns auch so verbinden da fährt der rote jetzt auch die raute mit an und die rote fährt auch das 5 weg genau wie lila an nur dass auf der lila strecke ein paar mehr züge fahren oh gott lila bekommt den stern was geht ab イ rood lila liegt auf einer strecke noch mal zwei locks kommt dood Rot jetzt auch noch, mal ein bisschen Unterstützung. Blau, lila, 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 lila. Du musst die unbedingt mitnehmen. Machst du wohl auch. Mindestens ein paar. Ja, danke. Rot, lila, lila, lila. Was machen wir mit dir? Achso, lila fährt den Funk-Täschchen an. Ach Gott. Verkürzen wir lila, rot. Ich habe fast das Gefühl, ich fahre alles mit allen an. Das kann nicht gut sein. Rot. Lila, lila, lila. Komm, so. Scheiße. Ich fahre echt fast jeden Punkt zwar fast dreimal an. Aber hier drüben auf jeden Fall. Ähm. Ziehen wir so. Und den roten nehmen wir auch von hier. Okay. Vielleicht mal eine extra Bahnlinie. Und was verbinden wir mit der Bahnlinie? Da, da, da. Da, da, da. Da, da. So. Ähm. Gehen wir noch hier runter. Hier gehen wir hier hoch. Hier gehen wir hier hin. Lila. Lila. Ähm. Rot. Auf Rot fährt, glaube ich, nicht viel. Könnte das sein? Soll. Ich habe gerade einen Überblick verloren. Was wollte ich noch machen? Blau hier rüber. Eine Linie noch. Eine Brücke noch. Das war es jetzt. Meine Brücken sind alle. Wenn nicht, kann ich nur die rote Linie verkürzen. Eine Brücke einsparen, weil ich dann nur noch hier die Brücke hätte. Ähm, Kreis. Kreis geht. Oh, Kreis kann man sogar noch mit einer Endstation verbinden. Lalalala. Ah. Komm mehr Loks. Vagong. Auf grün setzt mir eine. Blau blau blau. Auf lila passt nichts mehr. Passt auf rot noch was? Ja. Erstmal auf rot. Du kriegst hier noch eine Verstärkung rein. Rot fährt ja auch nahezu alles an. Ähm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lila und grün. Rot. Rot, rot, rot. Überlegen. Pack mir rot hier mit rein. Komm, machen wir. Oh, hier hinten klingelt es. Lila, lila, lila. Komm, Lila, gib dir Mühe. Du musst hier hinterkommen. Nein. Scheiße. Jetzt ist es aus. Verdammt. Gut. Dann gucken wir noch schnell die Statistiken an. Bam, 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 bam. Fahrten insgesamt. Verärgerte Fahrgäste, die sind am Ende. Was wie... Ich bin eingeschnappt. Wegen einem Fahrgast. Stationen. Stationen. Streckenlänge. Doch so viel. Hätte ich jetzt nicht ganz erwartet. Ja gut. Große Region. Wartezeit. 10 Minuten ist schon ein bisschen viel, aber das hier, das ist ja echt wahr. Super. Umstiege. Gesamtkapazität 84 und 62. Gut. Dann gehen wir mal ins Menü zurück. Das war glaube, Osaka genau. Das nächste Mal werden wir nach Stockholm ziehen und dann sehen wir weiter. Bye, bye.